Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Life is Strange Episode 2 Out of Time Ja, wir sind jetzt hier unterwegs, wir gucken mal ganz kurz im Menü, was sie so haben Ich glaube wir müssen uns mit Chloe treffen Und ähm, ja, wo treffen wir uns mit der? 40 Minuten, so als MaxFood2, well, see you there Okay, was bedeutet Two Whales? Ich glaube wir müssen hier erstmal weg Bin mal gespannt, was wir hier mit der MaxFood2 machen müssen Private Number Season is a father is a message to let you know that attempts to slander and blackmail my song will be met with any laws and legal ramifications Ah, you are not the first student at Blackwell to try this, I hope you are the last Consider this a final polite warning Max, come on over here Ja, was möchtest du denn, Warren? Oh, nothing, waiting for a call? I mean, I already took the call Anyway, I wanted to rap about that action yesterday By the way, thank you for stepping in You were pretty badass, Warren I owe you Oh, yes you do I got knocked on my ass by that dick I'm some personal superhero You're a real everyday hero You stood up to a bully and it was awesome Even though you left me with said bully and ran off with that girl She's pretty punk rock How do you know her? An old friend, Chloe Price We haven't seen each other in a while I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rockstar Which begs the question Why is Nathan Prescott getting psycho on you? He's dangerous I don't want you to get involved You got me there, but lay low Nathan Prescott is going to get his karma soon Weird fucking weak Like that bizarro snowfall yesterday Speaking of dystopia That drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon Let's go ape Yes, that's exactly what I need I love those old school ape films Well, that was easier than I thought Cool, I'll text you the info Ja, scheinbar gehen wir Haben uns jetzt mit dem verabredet Go take the bus Okay, nehmen wir den Bus Wir haben uns jetzt mit Warren verabredet Zu einem Film So wie ich das jetzt gerade mitbekommen habe Und ja Wir kriegen dann noch die weiteren Informationen Wir müssen uns jetzt aber mit Chloe treffen Die ja mit uns breakfasten möchte Ja, da kommt da auch pünktlich der Schulbus Pünktlicher als manch andere öffentliche Verkehrsmittel Kennen wir ja teilweise heute gar nicht mehr In der Zeit von Streiks Etc. pp Ah, sie hört jetzt Musik, okay Würde ich auch machen in so einem öffentlichen Bus Einfach mal ein bisschen Musik hören Wetter zieht sich zu Wo wir hier durch die Stadt fahren Da wird der Sturm bestimmt schon kommen, ja Haben natürlich an dieser Stelle nochmal angemerkt Die Musik ausgeschaltet Weil es ja sonst gerne mal Probleme mit der GEMA gibt Da möchten wir uns gar nicht drauf einlassen Also schalten wir die Musik einfach aus Und genießen das Spiel In Stille Oh, das sieht aus als wenn Max jetzt gleich einschlafen würde Sollte ihr vielleicht nicht passieren Im Hintergrund sieht man den Leuchtturm Ich bin mal gespannt, was das Ganze auf sich hat Mit ihrem Traum, den sie da hatte Beziehungsweise die hat die Zeit ja zurückgedreht Und dass sie mit der Dass sie da im Leuchtturm war Und ist dann in der Schule aufgewacht In der ersten Folge Ich bin mal gespannt, was das Ganze damit auf sich hat Wieder auf jeden Fall nach Regen aus Ah, da sind wir am Two Whales Wo wir uns ja jetzt mit der Chloe treffen Und Hoffentlich dann leckeres Breakfast haben So öffnen wir die Tür Man, das smell of breakfast Und the sound of clanging silverware Makes me feel 13 again Fisherman Trevor Oh, Chloe hat geschrieben Man in Lake, grab a booth At the Dynama Will feed you somebody Better I will be lacking Grab a booth by the Dynama Ich nehme mal an Hier so ein Sitzplatz Da, Fuß Sit down Liebe Max Setz dich hin Bestell dir was zu essen Schönen typischen Klischee-Caffee in die Hand nehmen Koffee Und da ist sie Und da ist sie Eine herzliche junge Frau Wie geht's dir, Max? Hi, Joyce Es ist schön zu sehen, dich wieder Du siehst Du siehst Wie ich noch eine wunderschöne In zwei Whalen Nach all diesen Jahren Nein, wie du siehst Wie du siehst Wie du siehst Schönen 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 Du bist noch smart Aber nicht so smart Jetzt bist du Bustet für Smokin' pot I heard the whole sordid story from David I'm sorry, this was how you had to meet him He's a good man No matter what, Chloe says Yeah, I'm sure I don't even smoke, like, ever It was almost an accident It was very stupid I'm sorry It surprised me fierce I was hoping you could be a good influence in her life now I will be Promise I know things were hard for you and Chloe I feel bad I didn't call Now my folks are in Seattle And I'm all alone at Blackwell It's my karma You did the right thing You moved forward with your life I did, after William passed on Chloe Chloe chose to stay angry Anyway, I hope we see more of you Chloe needs an old friend again Joyce, I am so sorry about William I have great memories of him I'm glad, Max That was his gift to us Wonderful memories Even if Chloe doesn't understand yet Chloe must have changed a lot during that time Oh, she hid all the phases Expulsion, running away Drugs, bad boys, tattoos Piercings, blue hair Now she's got to rebel against her stepfather I see why, I mean Do you? He's not as much of a hard-ass as you think But you did tell him you had a joint, right? You took that responsibility? I did And I am sorry I don't want Chloe in any more trouble Or me Nobody's in trouble over a doobie, Max And I admire that you took the heat for Chloe Like a great friend But Chloe does push David And it's not fair He paid his dues in a war He does care about her Along with all the students at Blackwell I get it, Joyce I know Chloe still likes to stir things up Yeah, she does provoke people Especially David I just want us to be a family soon I guess it's all about time I think you're right, Joyce So, now let's get down to the nitty-gritty What do you want to eat? The last good Belgian waffle I had was here when I was 13 years old So, bring it on Now finish your coffee One Belgian waffle, the only thing that has changed on the menu are the prices Yeah Now I'm excited Spannend I love the delicious anticipation of breakfast Then she should be here a coffee Gönnen This is like fourth dimensional deja vu I keep going back in time Can I get some beer and bacon before I die? This is a diner, not a bar No beer? Looks like you had plenty Stick with the bacon Ah, okay, there is always the same Graffiti look Guck, what have the hair done here? Warren must have been here Incoming! Ah, okay, there is now my Belgian waffle So long time I'm hungry I'm hungry like a baby Still can't believe you're a woman When I look at pictures of Chloe Yeah, gangster Gangster And Chloe looking for a free meal You put your whole damn college fund on your tab I'm treating Chloe for breakfast Are you atoning for yesterday? Oh God, Mom, please do not give Max any shit for that She apologized I know she did Max is a good girl Woman She's 18 now Too old to get lectures from you or Sergeant Pepper Call him David if you don't want to be lectured You only get one damn slice of bacon a day You guys are still the same Another reason to blow this town What is this shit on the jukebox? Ja, da möchte wieder jemand Musik hören Ziemlich viele Dialoge in dieser Folge von Let's Play Life is Strange Let's talk about your superpower I don't have any explanation And I can't explain why I saw that crazy fucking tornado Come on, that's just a daydream I want proof you can rewind time This is all happening so fast We'll start slow Right here, now I can tell you every single thing you have in your pockets You have x-ray vision, dude? I don't even know what's in my pockets Let me see Okay, Max Impress me Äh Was würde ich denn mal sagen? Keys Razorblade Keychain Definitely have a Razorblade Keychain That was so Wrong, Max Okay, psychic girl Let me show you what's actually in my pockets That was beyond epic fail You even made me want to believe you So, schwung wir mal ein bisschen zurück Wir konnten uns ja hoffentlich alles merken Also, Keys Ähm, Skull, Bullet, Skull Ich glaube ich war das Skull Keychain Achso, jetzt können wir noch mal hingucken Was war denn da? That was beyond epic fail You even made me want to believe you So, dann müssen wir noch mal zurück In der Zeit Your Keys Your car keys Yeah, way too easy I need Details, I don't know Bullet war jetzt auch nicht Razorblade I don't know I don't know Do you have some kind of power or not? Okay, psychic girl Ja, aber was war das denn? That was beyond epic fail You even made me want Habe ich bestimmt wieder irgendeinen dum Obwohl wir können Lücken Okay Max Study every item carefully And don't forget anything Dein Panda Zigaretten Dollars Warning Ticket Da steht nichts drauf Hier kann man drauf lesen So Dann müssen wir wieder zurück gehen Das ist natürlich dann so ein bisschen nervig Okay Cigarettes Yo Ich würde jetzt einfach mal sagen Sieben Ja Zwar hast du ein Du hast Geld dabei Boah, jetzt müssen wir uns das auch noch merken 82 Cent Ja Ja Jetzt müssen wir auch noch das Geld zählen Also bleiben wir mal dran eben Wir können hier Uns das Ganze angucken Wir haben einen Schlüssel mit Panda Würde ich jetzt mal sagen Panda Ja Panda Wir haben Drei Sieben Zigaretten Und wir haben Wie viel Cent haben wir One Cent Coin Five Cent Coin Und Quarter Dollar Das sind 25 Cent Was sind denn Quarter Dollars Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Cent Sechs Cent 75 plus sechs Ein und siebzig Und Fünf und siebzig Ein und achtzig Wir haben drei Quarter Also wir gehen jetzt nochmal Wir haben 75 Weil wir drei Quarter Dollars Das sind 25 Cent Ähm Dann 75 Dann plus Plus fünf Cent Sind 80 81 82 83 84 85 86 War das nicht eben das Richtige Und wir haben Ähm Was war das hier nochmal 80 82 84 82 84 86 Und wir haben ein Warning Ticket In der Sank Friendling Street Um 10 Uhr 43 Ich bin mal gespannt Ob ich das jetzt Hinkriege Das müsste ja jetzt Endlich mal klappen Weil so langsam Das dann doch Schon echt nervt Ähm Geh nochmal ganz kurz In der Zeit zurück Und dann verwundern Wir sie jetzt einfach mal Also wir haben Zigarettes Jupp Und wir haben Sieben Zigaretten gewählt Ja Dann haben wir Ein Haben wir Geld Hoffentlich habe ich mich Jetzt nicht verzählt Wie viel 2 86 86 Cent Ähm Parking Ticket 10 Uhr 34 30 Und wir haben Schlüssel Pinguin Pixel Panda Ja so einfach ist das Amazeballs I've literally just got chills All over my neck You have powers Yep Die haben wir Get the crap That crap Off the table Chloe Sure mom How's the food Max Better than I Remembered Very good Save Man I'm hungry Like the wolf Clearly Die Mutter geht dann lang und winkt Und da macht jemand den Kaffeebecher kaputt Draußen fährt die Polizei los Ja, das machen wir auch Aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten Und ich bedanke mich dafür, dass du zugeschaut hast Und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Life is Changed Bis dahin, euer Christian Wir sehen uns dann Wir sehen uns dann